Kommen wir aus Leben und Schutt? Sind wir alle denn kaputt? Ist das Leben ein Traum oder gar nur ein Vortraum? Wir haben uns da einfach ein bisschen ein Abhängigkeitsverhältnis aufgemacht. Zuerst zu den Eltern, dann zu den Frauen und dann zum Alkohol. Was wir aber bei den Eltern und bei den Frauen nicht geschafft haben, das können wir dann Alkohol schaffen, nämlich das Abhängigkeitsverhältnis akzeptieren. Das ist ja der Pinker, der Österreicher, in zweitem Stadion, oder was? Und FASTA! Wohin werden wir gehen? Frage, quälen dich mich?